Willkommen und jetzt zeige ich Ihnen ein Stück für alle Oberschläppchenjäger von der Firma Coiner aus Michelau Oberfranken, das Modell Genova in Stoff Violett. Alle Kissen in Violett gehören dazu, die grünen nicht, die habe ich jetzt einfach mal draufgelegt. Zum absoluten super Sonderpreis. Unglaublich. Warum? Die Garnitur ist ein Ausstellungsstück aus der Hausausstellung und musste weg. Lila hat absolut nicht mehr ins Farbkonzept gepasst und musste weg. Lila ist ehrlicherweise gesagt auch nicht einfach verkäuflich. Denn Lila hat eine Fangemeinde, die lieben Lila, wie ich oder viele andere mögen es eben nicht. Also der Teil kann gleich mal weg hören. Super Sitzkomfort, etwas softer oben, unten fest. Kissen, die lose sind, die man wegnehmen kann. Mehr Sitztiefe mit anderen Farben spielen und schon bekommen Sie ein exzellentes Wohnbild. Lümmeln auf beiden Teilen ohne Probleme möglich. Pflegeleichter und robuster Stoff. Was ich Ihnen alles vormache heute. Schöne leichte Metallfüße. Und das darf man nicht unterschätzen. Ein Preis, der Sie lachen lässt. Ein lächerlicher Preis für dieses Modell. Aber Lila, deshalb der Preis. Wenn Sie es mögen, schnappen Sie zu ein einmaliges Stück. Dankeschön und Tschüss. Gun forms. D